Ich bin Laura Sackett, ich bin 21. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr als Kauffrau bei der Schindleraufzüge St. Gallen. Ich bin Benedikt Jans, ich bin 18. Ich mache die Lehre als Kaufmann beim Schindler in Ebingen. Hier seht ihr mich, wie ich verschiedene Videos im System einstelle. Anschliessend kontrolliere ich diese am Lift selber. Zum einen im Monitor, der im Lift ist, um zu schauen, ob die Dimensionen und Auflösung stimmen. Zum anderen auch auf dem Beamer, der unten auf die Türe projiziert, ob es dort auch auf geht mit den Dimensionen und Auflösung. Zu meinen Tätigkeiten gehören Auftragsbestätigungen und Kundenbestellungen abzuwickeln. Ich arbeite bei Schindler, weil es eine Grossfirma ist und man viele Möglichkeiten hat in der Lehre und auch nach der Lehre. Von den Schindler kann man sehr viel Unterstützung erwarten. Schindler merkt auch, wenn du ein Lehrling bist, der mehr machen möchte, sie unterstützen dich. Wir haben ein Talentförderungsprogramm und man merkt einfach, wo deine Stärken liegen und dich in diesem extrem fördern. Ich habe mich für die Lehre von Schindler entschieden, dass sie das KV Plus anbieten, das man auch ausländerfahrung sammeln kann. Im Sommer rudere ich und im Winter mache ich Langlauf und das mache ich als Ausgleich zum Büroalltag. Singen ist eigentlich das, was mir in jeder Lebenslage bis jetzt geholfen hat. Ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, ein halbes Jahr bei Schindler in England arbeiten zu gehen, um meine Sprachkenntnisse aufzubessern. Ich freue mich sehr auf das, weil das war schon immer mein Wunsch, in Ausland zu arbeiten zu dürfen. Wenn dir der üblich gefallen hat, dann bewirb dich noch heute bei Schindler für das KV.